Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode E-Car Review News. Heute gibt es ein Update rund um die Elektromobilität und die Oktober-Zulassungszahlen, denn da gibt es eine Überraschung. Weder von der Kernmarke Volkswagen, weder von Tesla ist ein Modell an erster Stelle und das ist eher ungewöhnlich. Natürlich muss man fairerweise sagen, es ist eine Momentaufnahme. Monatszahlen können immer stark variieren. Am Ende zählt der Trend und derzeit Volkswagen an erster Stelle in diesem Jahr bis dato und Tesla an zweiter Stelle. Dann haben wir Mercedes, BMW, Hyundai, Audi, Opel, Fiat, Skoda und natürlich noch MG als erste chinesische Marke, also jetzt auch mal dabei hier oben. Und die haben sich ja richtig gut geschlagen. Dazu haben wir ja auch schon ein Video gemacht. Das ist im Prinzip schon fast ein Geheimtipp. Also der erste Chinese, der wirklich es mal schafft, hier adäquate Verkaufszahlen zu erreichen. Fairerweise ist ja die Geschichte von MG nicht chinesisch, aber sie gehören jetzt ja einem chinesischen Konsortium. Und somit muss man sie chinesisch bezeichnen. Und dann starten wir auch gleich mal rein in die Frage, wer hat eigentlich den Oktober gewonnen? Und es ist Skoda. Mit dem Enyaq 2579 Fahrzeuge wurden zugelassen. 6,91 Prozent waren es tatsächlich einen Marktanteil. Dann haben wir den Audi Q4, den Fiat 500e, den MG4, dann das Tesla Model Y und das Tesla Model 3, den BMW i4 auch noch mit 3,87 Prozent Marktanteil. Also da hat sich einiges getan. Und wir werden mal schauen, wie sich das entwickelt. Es ist natürlich eine Momentaufnahme. Das Tesla Model Y, ja, das lief für Tesla Ansprüche eigentlich nicht sehr gut in den letzten zwei, drei Monaten in Deutschland. Das Tesla Model 3 sollte jetzt vor allem im November wieder stärker werden. Ganz, ganz viele Schiffe, die da entsprechend kommen. Und somit sollte sich da einiges tun, vor allem in den nächsten zwei Monaten. Ja, wenn man sich die einzelnen Modelle anschaut und nicht die Marke und geht mal aus der Elektromobilität raus, dann haben wir immer noch den VW Golf mit 54.930 Autos im ganzen Jahr jetzt als zugelassen an erster Stelle, gefolgt vom VW T-Rock und dem Tiguan. Und wenn man dann ein bisschen weiter runter schaut, dann sieht man das Tesla Model Y. Das ist jetzt in diesem Falle das einzige Elektroautomodell, also reine Modell, welches es hier entsprechend dann noch in die doch sehr guten Zahlen reingeschafft hat. 40.257, das zeigt auch die Dominanz, die dieses Modell für Tesla selber hat. Also der VW Passat, der könnte vielleicht auch noch überholt werden. Opel Corsa wird ein bisschen knapp werden, aber ein VW Passat, der wird wahrscheinlich noch sich geschnappt. Und da muss man sagen, die hatten sie eigentlich schon mal. Nur durch die etwas schlechteren Zahlen im Oktober hat der VW Passat wieder aufgeholt. Also es werden sicherlich in den nächsten zwei, drei Jahren hier noch mehr Autos auftauchen, die rein elektrisch sind. Das ist nun mal die Zukunft, auch wenn es leider manche immer noch nicht realisieren möchten. Aber da geht der Weg hin. Dafür sind natürlich, und da muss man das immer wiederholen, natürlich noch günstigere Autos nötig. Wir schauen hier auch noch mal auf die Aufstellung. Wir hatten ja gerade das Tesla Model Y mit 40.257 Fahrzeugen. Und wie ich ja angesprochen hatte, dann der ID.4, ID.5 mit 30.657, der ID.3 sogar noch an dritter Stelle. Fiat 500e hat ein bisschen zurückstecken müssen, aber dann folgt auch schon die Nummer 1 im Oktober, nämlich der Skoda Enyaq. Und wenn man dann weiter runter geht, sieht man auch zum Beispiel den Dusha Spring, den MG4. Aber so richtig günstige Modelle, da muss noch einiges passieren. Wir haben den C2N EC3 ja schon hier in einem Video vorgestellt. Und es sollen ja noch einige andere Modelle im Bereich 20.000 bis 25.000 Euro brutto kommen. Ja, interessant sind natürlich dann auch so Zahlen wie das Tesla Model 3 mit 12.997. Das ist natürlich nicht gut. Das war viel besser, aber das ist für das ganze Jahr. Wir wissen, es gab eine Kaufzurückhaltung. Es gibt einen Facelift, das ist jetzt rausgekommen. Und so kennen wir das ja auch vom ID.3, als das Facelift kam. Dann gehen die Zahlen grundsätzlich und das gilt für alle Marken erstmal runter. Die Leute warten ab. Es war ein offenes Geheimnis, dass das neue Tesla Model 3 kommt. Und jetzt kommen eben halt ganz, ganz viele Schiffe und dann sollte sich das auch im nächsten Jahr wieder verbessern. Oder vielleicht auch in den nächsten acht Wochen könnte sich hier das Tesla Model 3 noch weiter nach oben schieben. Wenn man sich also die Gesamtsituation in der Elektromobilität anschaut, dann muss man sagen, dass es immer mehr Modelle gibt, die vielleicht auch nach den Vorstellungen, die man auf YouTube gesehen hat, wo Leute mal den ersten Eindruck bekommen haben, sich langsam jetzt etablieren. Also der Skoda Enyaq ist ja nun sicherlich nicht ein Auto, was man erst vor zwei Wochen vorgestellt hat und gerade auf den Markt gekommen ist, sondern es ist schon länger auf dem Markt. Man hat aber einfach lange auch Schwierigkeiten, genügend Teile zu finden. Viele Produkte wurden während der Corona-Zeit vorgestellt und haben dann viele Bestellungen bekommen. Und dann hat es einfach mal ewig gedauert, bis die Produktion richtig an Fahrt gewinnt. Und genau wie Tesla das ja auch hatte, das Problem im letzten Jahr, dass man einfach immens viele Bestellungen hatte, fast 400.000, 500.000 Autos an Reservierungen hatte und Wartezeiten waren ja immens, hat sich das ja inzwischen auch wieder beruhigt. Und man ist nur noch bei diesen normalen 80.000 bis 90.000 Fahrzeugen ungefähr. Und so geht das natürlich dann auch anderen Marken wie Skoda. Man kann jetzt ausliefern. Es gibt jetzt Fahrzeuge, Kunden, die eben halt jetzt kaufen möchten. Die haben die Möglichkeit, dann auch nicht mehr ewig zu warten. Und das fördert natürlich manche Modelle, die entsprechend in Vergessenheit geraten sind, vom VW-Konzern, aber auch von anderen Marken, wo dann entsprechend jetzt die Leute sagen, okay, jetzt kann man kaufen. Das hängt natürlich dann immer bei einigen Modellen auch immer davon ab, gibt es bald irgendwann ein Facelift. Das ist ja ein Turnus, der immer schneller sich dreht. Vor allem bei der Elektromobilität geht es ja auch um die Batterie. Und bei Batterien gibt es auch sehr, sehr viele Fortschritte. Und die werden auch noch in den nächsten Jahren schneller voranschreiten. Und das ist vielleicht der einzige Nachteil der Elektromobilität, wenn man jetzt kauft, dass diese Fortschritte, die sind so wie damals mit dem Fernseher. Fernseher wurden immer besser, Qualität wurde immer besser, die Bildschirme wurden immer flacher. So ist das zum Beispiel, ja, entsprechend hier auch mit dem Bildschirm zu Hause, wenn man den PC hat oder dem Handy. Und so geht es eben halt jetzt auch der Elektromobilität. Und somit muss man leider sagen, dass natürlich Autos sehr, sehr viel Geld kosten. Und da liegt natürlich noch ein bisschen das Risiko. Also lass mich gerne mal wissen, was du zu dieser ganzen Thematik denkst. Das würde mich natürlich sehr freuen. Du kannst übrigens auch auf eCar Review dein Elektroauto bewerten, wenn du bereits ein Elektroauto fährst. Einfach auf eCar Review.com gehen und kannst dir auch mal anschauen, was andere Leute zu bestehenden Fahrzeugen bereits sagen. Und vielleicht hast du ja auch einen Eindruck, die es selber gemacht von einem ID.3 zum Beispiel, wie hier im Bild, oder einem ID.4, ID.5 oder einem Tesla Model Y, ein Tesla Model 3. Da kannst du, wie gesagt, sehr gerne bei uns vorbeischauen. Und wir haben auch ganz, ganz viele Beiträge, vor allem erstmal zum Thema Tesla, aber auch bald zu vielen anderen, wie zum Beispiel den C2N EC3. Da haben wir schon einen detaillierten Bericht geschrieben. Also wir würden uns sehr auf dich freuen und hoffen, dass wir dir mit diesen Updates hier einen kleinen Eindruck geben konnten, was zurzeit in der Elektromobilität passiert bei den Zulassungen. Und nächstes Jahr wird es natürlich wieder spannend werden, wenn die Förderung noch ein bisschen weiter runter geht, was das mit den Preisen macht und wo diese sich hin entwickeln werden. Auch das wird sehr spannend werden. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann und tschüss.